Ich bestelle eine Pommes mit Gowey-Worfen, bringe das was wir hier an. Hier haben wir auch noch gesehen. So steht der letzte Strip Room. Da wird noch kein Clarion gemacht. Das hab ich gedacht, die wird es jetzt nicht. Sie waren nun schon gestern abzüben worden. Leider. So, ich habe einen Clarion-Carrion. Oh mein, Ihr habt, bitte auch sieben. Ja, dann haben wir keinen Clarion-Carrion gegeben. Halt!